Duodecim Scripta – ein römisches Brettspiel Bei Duodecim Scripta handelt es sich um ein Brettspiel für zwei Personen, welches Ähnlichkeit zu Backgammon aufweist. Es existieren verschiedene Spielvarianten, sodass auch abweichende Regeln zu den hier dargestellten vorliegen. Diese Variante ist jedoch in unseren Augen die spannendste. Spielmaterial Ein Spielbrett mit drei Reihen zu je zwölf Feldern. Die mittlere Reihe dient als optische Trennung der beiden Spielseiten. In der Version 1 werden zwölf Spielsteine je Spieler sowie zwei Würfel verwendet. In der von uns bevorzugten zweiten Variante 15 Spielsteine je Spieler sowie drei Würfel. Spielablauf Zu Beginn des Spiels befinden sich alle Spielsteine außerhalb des Spielbretts. Es werden je nach Variante vom Spieler zwei oder drei Würfel geworfen. Wir spielen im Folgenden die Variante mit drei Würfeln. Der Spieler muss die Spielfiguren zunächst auf das Spielbrett bringen. Dabei gehören von der mittleren Reihe die rechten sechs Felder weiß und die linken sechs Felder schwarz. Diese Felder werden nur von einer Partei bespielt. Auf jedem dieser Felder darf jeweils nur ein Stein zum Liegen kommen. Die erste und dritte Reihe des Spielbretts werden von beiden Spielern gemeinsam verwendet. Diese Felder können auch von mehreren gleichfarbigen Figuren belegt werden. Wie bei Backgammon dürfen einzelne Figuren rausgeworfen werden. Diese werden vom Spielbrett genommen und müssen neu hineingebracht werden. Befinden sich zwei oder mehr Figuren auf einem Feld, dürfen diese vom Gegner nicht rausgeworfen werden. Es gibt keine Maximalanzahl von Figuren auf einem Feld. Die Zugrichtung ist mit der von Backgammon identisch. Wir beginnen oben rechts und ziehen nach unten rechts. Beim Zug ist es wichtig, dass alle drei Würfel einzeln gezogen werden müssen. Wird zum Beispiel in diesem Fall dreimal eine 4 geworfen, so dürfen diese Zahlenwerte nicht zusammenaddiert und gezogen werden, sondern jeder Würfel muss einzeln gezogen werden. Mit der ersten 4 kann ich eine Figur auf das vierte Feld meines Startbereichs stellen. Mit der zweiten 4 kann ich nicht das vierte Feld der mittleren Reihe belegen, da hier schon eine meiner Figuren liegt und Felder der mittleren Reihe nur von einer Figur belegt werden dürfen. Ich muss daher die Figur auf dem vierten Feld um vier Felder weiter nach vorne rücken. Mit der dritten 4 kann ich entweder den bereits im Spiel befindlichen Stein um vier Felder vorrücken oder eine neue Figur auf das vierte Feld bringen. Ist es nicht möglich, alle Würfel zu nutzen, so entfällt der Zug komplett. In diesem Beispiel könnte ich nur einen der drei Würfel ziehen. Ich kann einen Stein auf das vierte Feld meines Bereichs der mittleren Reihe stellen. Diesen Stein kann ich nicht auf die obere Bahn bringen, da hier bereits zwei gegnerische Steine das Feld belegen. Ich kann auch keinen Stein neu in das Spiel bringen, da auf der mittleren Bahn jeweils nur ein Stein auf einem Feld liegen darf. Da ich nicht alle drei Würfel verwenden kann, entfällt der Zug und ich muss den ersten gesetzten Stein wieder aus dem Spiel nehmen. Gewinnbedingungen Wie bei Backgammon müssen zunächst alle eigenen Figuren in das untere rechte Feld gebracht werden. Sobald diese sich dort befinden, können sie aus dem Spiel gespielt werden. Dabei gibt es eine Sonderregel. Solange eine Augenzahl auf dem Brett gezogen werden kann oder damit exakt aus dem Spiel gespielt werden kann, muss sie dort gezogen werden. Höhere Augenzahlen müssen vor niedrigeren gezogen werden. In diesem Beispiel müsste ich mit der 6 aus dem Spielfeld ziehen. Die 6 ist das höchste Würfelergebnis. Das nun höchste Ergebnis ist die 5. Mit dieser Reihe kann ich nicht ziehen, denn das exakte Herausspielen vom Brett ist nur mit einer 4 möglich. Ich müsste folglich eine dieser beiden Figuren nehmen, obwohl dadurch eine Figur alleine auf dem Feld zurückbleibt und gegebenenfalls vom Gegner in dessen nächsten Zug geschlagen werden kann. Mit der 1 kann ich die letzte Figur nicht retten, da dieses Feld von mehr als einer schwarzen Figur blockiert ist. Ich könnte mit dieser Figur ziehen. Theoretisch könnte ich auch diese Figur ziehen, was jedoch ungünstig wäre, da sie dann allein stehen würde und geschlagen werden könnte. Oder ich könnte von diesem Feld eine Figur vom Brett spielen. Hier kann ich mit der ersten 6 diese Figuren aus dem Spielfeld spielen, obwohl dafür nur eine 5 benötigt wird. Aber da sich hinter dieser Figurenreihe keine weiteren eigenen Figuren mehr befinden, muss ich mit der 6 nicht exakt vom Brett spielen. Mit der 5 kann ich diese Figur exakt vom Spielbrett spielen. Mit der 4 muss ich diese Figur nehmen, da diese die letzte Figur ist. Dies muss ich tun, obwohl sie nun auf einem Feld zum Liegen kommt, wo sie als Einzelfigur geschlagen werden kann. Ich kann keine Figur von diesem Feld nehmen, da es sich nicht um die hinterste eigene Figurenreihe handelt und man von hier nur mit einer 3 exakt vom Brett spielen kann. Ich muss, wie gesagt, soweit möglich immer die Figur nehmen, womit ein exakter Zug möglich ist. Gewonnen hat, wer alle eigenen Figuren vom Brett gespielt hat. Beispielpartie Noelle nutzt ihre Würfel, um Felder in ihrer mittleren Reihe zu belegen. Ich belege das erste und dritte Feld. Mit der zweiten 3 kann ich keinen neuen Stein ins Spiel bringen, da das dritte Feld bereits belegt ist, also rücke ich vom ersten auf das vierte Feld. Noelle bringt ihre erste Figur auf die oberste Reihe. Ab jetzt kann ich diese Figur schlagen. Nun nutze ich meine erste 6. Ich belege mit der zweiten 6 das sechste Feld der mittleren Reihe. Mit der 3 kann ich keine neue Figur ins Feld bringen, da das dritte Feld belegt ist. Also ziehe ich mit der Figur auf der obersten Reihe, um sie aus Noelles Reichweite zu bringen. Ich suche eine Möglichkeit, um meine Figur auf der obersten Reihe zu schützen, indem ich ihr Feld mit einer zweiten belege. Solange ich mit einer Figur nicht ziehe, kann ich alle möglichen Variationen ausprobieren. Würde ich mit einer Figur ziehen, könnte ich den Zug, solange er gültig ist, nicht mehr zurücknehmen. Daher ist es wichtig, zunächst alle Optionen abzuwägen, bevor man eine Figur in die Hand nimmt. Die nächsten Züge sind jetzt nicht besonders interessant, daher lasse ich sie schneller ablaufen. Sobald ein interessanter Zug kommt, werde ich diese natürlich erklären. Noelle bringt zwei weitere Figuren auf die oberste Reihe. Ich könnte diese schlagen, falls ich eine günstige Möglichkeit erhalte. Und diese erhalte ich im nächsten Zug. Mit der 5 schlage ich eine ihrer Figuren und mit der 4 sichere ich meine Figur gegen das Schlagen. Sie schützt ihre Figur in der oberen Reihe und nun existieren keine Schlagmöglichkeiten für mich mehr. Noelle hat in der oberen Reihe zwei einzelne Figuren, die geschlagen werden könnten. Ich versuche eigene Figuren auf den Gemeinschaftsfeldern stets mit mindestens einer weiteren Figur zu sichern. Sie kann ihre beiden Figuren gegen das Schlagen sichern, indem sie nun auf allen oberen Feldern mindestens zwei eigene Figuren liegen hat. und zwar auf der 3-Cohen Mass. Ich versuche die sichern, die sie in der conditioner leiten und die drei konfalt 72 00 hr. und zwar auf den eigenen Figuren wer an der 3-Cohen Mass. Und zwar auf der 4-Cohen Mass. im Entfernung, nicht nur die Formte, aber auch auf den 3-Cohen Mass. noch nicht nur bezig, und so ist, dass sie sich dauerlich haben. Vielen Dank. 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 So lasst ein Like und ein Abo da.